Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und herzlich willkommen zum Unboxing der Final Fantasy 15 Ultimate Collector's Edition. Ja, das Ganze haben wir hier für die Playstation 4 von Square Enix und oh mein Gott, habe ich auf dieses Spiel lange warten müssen. Ja, damals als es angekündigt wurde mit FFXIII Versus und ich so den Trailer gesehen habe, da dachte ich, heilige Scheiße, sieht das cool aus, ich will mehr davon. Ja, leider hat es jetzt sehr sehr lange gedauert, bis das Ganze jetzt auch endlich dann unter dem Namen Final Fantasy 15 erschienen ist, irgendwie 10 Jahre oder so. Aber ja, jetzt sind wir alle ein bisschen größer, ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer und wir können endlich dieses Spiel spielen. Ja, wie ihr vielleicht auch im Hintergrund direkt seht, sehen könnt hier, da habe ich das Spiel schon hier in der Special Steelbook Edition oder so ähnlich. Ja, das liegt daran, dass diese Edition ja jetzt am Dienstag heute erst rauskommt und ja, ich habe diese Edition auch erst heute bekommen. Das Spiel gab es bei mir allerdings schon seit Freitag im Laden und ich konnte nicht widerstehen, habe mir das Ganze dann schon vorher gekauft, um es auch zu zocken. Also ich bin auch schon ein bisschen am zocken gewesen und das Ganze geht dann an den Peter, da auf jeden Fall einen lieben Gruß an dich und ich werde dann das hier behalten. So, ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, wie wäre es erstmal mit dem Preis. Das Ganze gab es im Square Enix Online Shop für 269,99 Euro, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Also schon relativ viel Geld, aber es ist halt Final Fantasy und irgendwie, ja, habe ich meine Ausnahme gemacht und mir das Ganze mal gegönnt. Ja, ich hoffe, ich bin da mit dem Inhalt genauso begeistert und freue mich riesig darauf und ja, bevor wir allerdings zu dieser Box kommen, einmal einen lieben Gruß an den Sascha. Moment, war das Sascha? Ich glaube ja, Sascha. Ja, ich glaube es war Sascha. Ja, er hatte nämlich gesagt, dass er ein großer Fan ist und sich sehr freuen würde, wenn ich ihn in einem Video mal grüße, also liebe Grüße an dich. Ja, so, bevor wir jetzt aber mit der Box anfangen, muss ich euch zeigen, sind hier auch noch Final Fantasy 15 Postkarten. Das packe ich nicht weiter aus, das sehe ich, ihr seht jetzt also nur eine und ich weiß gar nicht, ob die eigentlich nicht in der Box hätten drin sein sollen. Auf jeden Fall waren die in meinem Square Enix Paketkarton und die waren oben so reingelegt und dann zugeklebt, dass sie an der Seite schon rausgeguckt haben. Also, die hätten locker rausfallen können oder der Paketzustelle hätte sie mal mitnehmen können. Ja, ein bisschen doof, aber immerhin waren sie noch dabei, Gott sei Dank. So, jetzt kommen wir aber zur Box. Also, einmal vorne haben wir Noctis und Gladius drauf. Sehr cool. Und da steht natürlich ab 12 freigegeben, einmal USK und einmal FSK, weil hier ja das Spiel und auch Filme drin sind. Und hier an der Seite sieht man Prompto, der wie er da so cool rumsteht und auf der anderen Seite haben wir Ignis. Ja, die vier Kumpels, die man ja in diesem Spiel auch spielt. Auf der Rückseite sehen wir dann die Charaktere, ein Zelt, da man ja öfter zelten geht und auch das Auto nochmal so und ein bisschen Text. Ja, das Ganze ist auch relativ schwer, das denkt man gar nicht so, aber es ist doch ein bisschen schwerer, als man so denkt. Und auf der Oberseite haben wir hier übrigens noch das Logo, welches auch sehr schön aussieht, wie ich finde. So, jetzt werde ich das Ganze aber endlich öffnen mit diesem tollen Messer hier und werde mal schauen, dass ich das natürlich ganz, ganz vorsichtig mache, da das doch ein, wie gesagt, finde ich jetzt schon teures Stück war und da werde ich natürlich nichts kaputt machen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten hier öffne. So, nachdem ich nun diesen Kleber sehr sorgsam und vorsichtig abgelöst habe, werde ich das Ganze jetzt mal öffnen. Das ist ja alles so eine relativ dünne Pappe. Ich hoffe, ich mache hier echt nichts kaputt. Das wäre sehr, sehr schade. So, ganz vorsichtig irgendwie nach oben. So. Da haben wir ein großes, schwarzes Etwas. Ich werde das einfach mal rausholen. So, dann kommt diese labbrige Box mal an die Seite. Und dann haben wir hier Final Fantasy XV Ultimate Collector's Edition. Diese Box erinnert mich gerade so ein bisschen an Castlevania Lords of Shadow 2, die Dracula Atom Edition. Die sieht ja auch so ein bisschen so ähnlich aus. Und ja, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick rein. Worüber ich übrigens jetzt sehr gespannt bin, ist, ob ich die richtigen Steelbooks hier drin habe. Da wirklich viele Leute, wie ich gelesen habe, die falschen drin haben und da gerade dabei sind, das mit Square zu klären. Und die sind auch schon am klären. Ja, ich bin gespannt, welche ich jetzt hier drin habe. So, einmal geöffnet. Und dann haben wir hier einmal, was ist das? Etwas sehr Großes. Ah, okay. Und dann das hier. Das hier zeige ich. Das kann ich sogar auch. Okay. Also ich kann auf jeden Fall erstmal diese Box hier wegstellen. Ja, also einmal haben wir hier die Final Fantasy XV Play Art Action Figure Kai Noctis aus der Ultimate Collector's Edition. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es dann diesen Noctis in dieser Version auch nur in dieser Edition hier. Also dann nicht einzeln zu kaufen. Ob das mal geändert wird, weiß man nicht. Aber erstmal soll das so sein. Und ich finde zwar Final Fantasy Figuren richtig cool und habe ja hier auch so ein paar, aber ich kaufe mir die eher weniger, weil die mir doch meistens ein bisschen zu teuer sind. Aber ich hätte sie echt gerne. Und jetzt haben wir hier den Noctis. Jetzt kleben wir das vorsichtig einmal raus. So. Einmal Haufen Schrauben und Muttern oder so. Warum auch immer. Dann klebt hier hinten noch so eine Tüte dran mit der Anleitung. Und wahrscheinlich dem Gestell, das lasse ich da erstmal dran. Denn ich werde diese Figur jetzt auch nicht auspacken und irgendwie irgendwo hinstellen. Auch wenn sie sehr cool aussieht, aber ich wüsste gerade auch gar nicht genau wohin. Aber ich wollte sie euch wenigstens einmal zeigen. Ich finde, sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und so zum Hinstellen oder so ist das doch richtig, richtig cool. Nur sind so eine Figuren meiner Meinung nach immer ein bisschen sehr teuer. Deswegen kaufe ich mir sowas halt nicht. Aber diese Figur ist hier dabei und ich wollte sie euch mal zeigen. Jetzt haben wir diese schöne Box. Und diese schöne Box hat auf jeden Fall ein sehr schickes Artwork, was man halt so kennt von Final Fantasy. Ich zeige euch das mal hier so ein bisschen. So und so und dann auf der Rückseite. Ich glaube, das ist die Rückseite. Und so. Ja, wo machen wir das Ganze auf? Ich glaube, hier vorne. Ja. Und dann haben wir hier wohl alles so drin, was man so haben möchte und sollte und will. Einmal. Aber naja, ich fange mal hier oben an. Also wenn ich das richtig sehe, habe ich die richtigen Steelbooks. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe hier einmal Final Fantasy 15 und King's Glaive. Final Fantasy 15, das ist dann der Film. Da sieht man hier vorne Noctis wieder richtig cool drauf. Und auf der Rückseite haben wir hier Gladius. Und wenn wir das Ganze öffnen, dann habe ich hier einmal auf jeden Fall Download-Code-Sachen. Die sind ja auch noch dabei. Das lege ich gleich mal weg. Und dann haben wir hier das Spiel und den Film. Den Film habe ich übrigens noch nicht gesehen, weil ich halt auf diese Edition hier gewartet habe. Und werde ihn mir dann auf jeden Fall ansehen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie cool er ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir gefallen wird. Aber wie sehr wird er mir gefallen, ist die Frage. So, die ganzen Codes lege ich mal kurz beiseite. Dann habe ich hier noch so ein Zettelchen. Nicht so wichtig. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Werbung, glaube ich. Für World of Final Fantasy, I am Cetzner. Und worauf ich mich natürlich auch sehr freue, Kingdom Hearts 2.8. Ja, sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier noch so eine Anleitung. Sieht auch so ein bisschen so aus wie eine Anleitung, aber ist was ganz anderes. Ja, also es sieht aus wie eine Anleitung. Hinten haben wir noch die Charaktere drauf. Und wenn man das Ganze öffnet, dann steht hier noch, ich glaube das ist wahrscheinlich so ein Danke oder so, an all die Leute, die das Spiel gemacht haben. Die haben dann hier so alle mal unterschrieben. Oh, so. Also auch sehr, sehr cool. Ist dann also doch keine Anleitung, aber auch was sehr Cooles. Das legen wir jetzt mal hier so hin. Dann haben wir hier, wie gesagt, das zweite Steelbook, welches halt dann auch so aussieht, wie es soll. Ich hoffe, das stimmt dann auch soweit. Da haben wir dann Ignis vorne drauf und Prompto. Und auf der Innenseite, da haben wir hier einmal noch so ein kleines Heftchen und den Blu-Ray-Disc-Special-Soundtrack von Final Fantasy 15 und Final Fantasy 15 Brotherhood. Das ist der Anime, den es extra zum Spiel gibt. Der hat fünf Folgen und da sieht man dann, wie sich die Charaktere eigentlich kennengelernt haben und warum sie halt dann so ein bisschen befreundet sind. Das Ganze habe ich mir schon bei YouTube mal angesehen. Jetzt kann ich mir nochmal auch in sehr guter Qualität dann ansehen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, damit man auch ein bisschen mehr über die Charaktere dann weiß. Und würde ich sagen, lohnt sich schon, sich das mal anzuschauen. Und dann habe ich hier noch etwas. Das ist ein Buch, das Final Fantasy 15 Artbook, also The Art of Final Fantasy 15, hier vorne so richtig cool, mit der 15 in blau leuchtet, so richtig cool. Und auf der Rückseite sieht man nochmal das mit dem Zelt, dem Auto und den Charakteren. Das Ganze ist eingeschweißt, das wusste ich gerade gar nicht. Und daher werde ich es auch eingeschweißt lassen und euch leider nicht daran teilhaben lassen. Also wer das Ganze sehen möchte, der muss dann ein anderes Video schauen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann war es das auch mit diesem Set. Also wie gesagt, eine große Box, dann diese Postkarten, das Artbook, die Figur, das Spiel, der Film, der Anime, der Soundtrack und die Downloadcodes. Und das alles für einen doch relativ teuren Preis, wie ich finde. Aber ja, jetzt habe ich das Ganze hier. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich vielleicht nicht alles ganz detailreich gezeigt habe. Und ich werde nun ganz viel Spaß mit Final Fantasy 15 haben. Und ich habe ja erwähnt, dass ich das Spiel schon hier habe und auch schon gespielt habe. Und kann euch jetzt noch so meinen ersten kleinen Eindruck geben. Ich bin jetzt so bei 13 Stunden ungefähr. Und ich sage mal so, alles so von Gameplay her, von der Grafik her ist wunderbar. Gefällt mir alles sehr gut. Dann habe ich ja jetzt zum ersten Mal so ziemlich die deutsche Sprachausgabe mir auch angehört. Und habe sie auch eingestellt. Und ich muss wirklich sagen, also mir persönlich gefällt sie. Ich finde sie cool. Ich finde sie passend. Alle so, ja, haben eigentlich Stimmen, die auch dazu passen, wie ich finde. Also sehr cool gemacht. Die einzige Stimme, die ich nicht so mag, ist die von Sidney. Also von Sid, von der Frau. Die finde ich klingt so ein bisschen älter, als sie vielleicht eigentlich klingen sollte. Aber weiß ich nicht. Also da hätte man vielleicht eine andere nehmen können. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich sie das erste Mal gehört habe. Dachte ich so, hä, okay. Aber gut, das ist ja, sie ist ja trotzdem okay. Aber da hätte man vielleicht noch eine bessere nehmen können. Sonst bin ich da sehr zufrieden. Und wie gesagt, vom Game daher gefällt es mir sehr gut. Es gibt nur irgendwie, finde ich jetzt aktuell, so ein bisschen sehr viele Nebenaufgaben. Man muss dann da, ja, kill mal die Gegner, mach mal das und hol mal diesen Gegenstand für mich da ab und so weiter. Und man ist eigentlich nur am Hin und Herren die ganze Zeit. Und immer wenn du was abgegeben hast, dann hat er auf einmal noch einen Auftrag. Und dann musst du wieder was holen für den und so. Ja, nochmal sehen, wie das so wird. Aber ich bin dabei, das auch alles zu machen. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, da so durchzurennen. Ich habe immerhin so lange darauf gewartet, da will ich mir auch alles schön ansehen. Aber sonst habe ich so viel Spaß, auch mit diesen ganzen Jagdaufträgen, die es da gibt. Und auch Monster besiegen, die manchmal ein bisschen stärker sind als ich. Fällt dann nicht so leicht. Aber ist cool und macht Laune. Das Kampfsystem finde ich auch richtig cool. Dann kann ich noch sagen, dass ich das Autofahren auch ganz lustig finde. Ich stelle das meistens so ein mit automatisch fahren, dass Ignis fährt. Und ich mir dann im Radio voll coole FF7 Musik oder so anmache. Und dann höre ich das die ganze Zeit. Ich finde es auch ganz cool, dass ich jetzt einen Gegenstand kaufen konnte, dass du zum Beispiel FF7 oder auch FF123, wie auch immer, Musik hören kannst. Wie so eine Art der P3-Player, während du mit deinen Charaktern rumläufst. So kann man einfach seine Lieblings-FF-Musik hören und da herumlaufen. Ja, wie gesagt, also ich finde es bisher richtig cool. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch so sein wird. Und ich glaube, das wird schon noch sehr episch. Und ja, freue mich, das Ganze dann weiterspielen zu können. So, das war es dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Das war euer Benner Meister. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.